Wir sind mit dem Buch Al-Arabiyyat und haben jetzt den fünften und den sechsten Modul fertig. Prüfe dich selbst. Erstmal. Ich habe die Millionen von der Fülle. Die Frage ist erst einmal. Die Frage ist erst einmal. Die Frage ist erst einmal. Stil zwischen die Klamen in der L- und was verhältnismen in der L- in der L- und der L- und der L- und der L- Wir beginnen mit der L- und der L- Wir beginnen mit der Schwestern. To'am und Samin, Dajaj, Schraub, Kaffir, Kohwa, Baid, Yashra. Mada techtar? To'am und Dajaj. La, leysa, so'hiham. Da'am und, also Essen mit Hühn, Hohn? Also das Essen, ich dachte, Hühnchen kann man essen, deswegen habe ich verbunden. La, huiquluwa, Hohn. Also was ist mit dem Essen, was ist neben dem Essen? Getränkt. Achso, okay. Da'am und Dajaj, Schraub, nee, Entschuldigung, Washarab. Achso, na'am, wa, Schraub, To'amun, wa, Schraub, Esmin, Getränkt. To'am und Dajaj, Na'hif, Wa? Samin. Samin, achso, Dün und... Na'hif, Dün. Na'hif, Dün. Al-Rajul, Na'hifun. Semin, Wa, Rajul, Samin, Semin. Samin, Semin. Ah. Achso, na'hifun, Schahriya, Schai, Wa? Schai, Wa, Pahwa. Na'am, Tee und Kaffee. Schai, Wa, Pahwa. Achso, na'hifun, La'hmun, Wa? Dajaj, Un. Na'hifun, Wa, Dajaj, Fleich, Und, Hohn. Hünsche, Fleisch. Qalilun, Wa? Qalilun, Wa? Qalilun, Wa? Qalilun, Wa? Na'am. Qalilun, Wa, Qalilun, Wa, Qalilun, Wa? Wenig und viel, oder? Also, Qalilun, Wa? Stimmt, viel, okay. Qalilun, Wa, Pahwa. Nama, Ahsante. Ya'ist, und Aatrin. Qalilun, Wa? Qalilun, Wa, Baidun. Nama, Ahsante. Al'an, Al-Tadrib, Al-Tadrib, Al-Tadrib. Al-Tadrib, Al-Tadrib, Al-Tadrib. N'Do, A-Lama, Kha-Tadrib, Al-Tadrib. Al-Kalima, Hil-Gharibah. Ich hafa, Iyla, Fashtitras? Nama. Läumann, 29, 2 6 9 10 10 11 12 13 14 Kann man sagen, eine Jawaan, ich bin hungrig. Naam, eine Jawaan. Naam. Eine Jawaan. Räkäm الثلاثer, sämak, scherab, dägeräsch und lachm. Algaribe, scherab. Naam, scherab getränk, aber die restlichen Wörter, anwaar minal luchum, zarten oder aaten anwaar minal luchum von fleisch. lachm, smufrat, zingula, wal luchum, splugel. Räkäm 4, taam, fatur, gada, waasha. al-khalima, gharibah, taam. Naam, ahsend. Taam heißt Essen, amma baqi kalimat, fa hiya au qatil al-taam, die Zeiten vom Essen, wie Frühstück, Mittagsessen und Abendessen. Räkäm 5, maidah, jau'an, kaslan, maryb. Aina al-khalima tul al-gharibah? Maidah, ja, klamat tul al-gharibah. Naam, al-maidah, kish, amma baqi kalimat, sifat, zine eigenschaft. Räkäm 6, yakulu, yashrabu, yamalu, al-layl. Am, al-khalima tul al-gharibah, am, al-layl. Al-gharibah? Naam. Al-khalima tul al-gharibah? Al-khalima tul al-gharibah, al-layl. Naam. Al-layl, waq, sainat saith, amma baqi kalimat, af-fa-al. Viam, fa-al, af-fa-al. Räkäm 7, al-makka, al-madina, munabbi, al-masjid al-nabawi. Munabbi. Naa. Fie kelimat al-garibah. Naa. Amma baqi kalimat, amakin, wata, amma al-munabbi, fa-ho-shay. Ias, ain't za khab. Al-an, rakam 3, a-kamil jum'l 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 kelimat talee. Ladaina al-jum'u'ah mutaa khira al-fakya al-mariyb, al-taham, al-shay wa-musafir. Rakam 1, hel tashrabu? La, ufaddilu al-Qahwa. Am, hel, tashrabu al-Shay? Hal, tashrabu al-Shay? Naam, la, ufaddilu al-Qahwa. Thanks for tea. Nein, ich befreit zu verkaffee. Raqam 2. Mada tufaddilu min? At-Tamr. Mada tufaddilu min al-Fakihati? At-Tamr. Naam, ahsant. Was befortzu, Kustofanim Obst? Idratin. Raqam 3. Mada tufaddilu min al-Fakihati? Al-Tamr. Mada tufaddilu min al-Fakihati? Mada tufaddilu min al-Fakihati? Also, Mada tufaddilu min al-Fakihati? Tadlubin bedeutet ja auch, was... Bitten, also für weiblich. Achso, was bittest du? No, Tadlubin. Achso, was bittest du min al-Fakihati? Mada tufaddilu min al-Fakihati? Naam, ahsant. Bistukang, nein, meget's cool. Raqam 5. Aina tuzalli fiil masjid del-Haram, in sha Allah? Aina tuzalli al-Jum'a? Naam, aina tuzalli al-Jum'u'a? Fiil masjid del-Haram, in sha Allah. Huubaitu sturas. Fakihaks kibit? In al-Kaaba hazu, masjid del-Haram. Hel tasteikidu? La. Hel tasteikidu? Mutakhiran? La. Naam, ahsant. Warst du spät auf? Spät? Mutakhiran? Nein, la. Raqam 7. Limazah enta? Lissalati al-Masjidin-Nabawi? Könnt ihr mich hören, oder? Er ist gerade unterbrochen. Wie höre ich jetzt? Limazah Anta Limazah Limazah bedeutet ja, warum? Warum? Was verwirrt dich so? Was heißt Al-Fakir nochmal? Obst. Okay, das. Also man könnte fragen, Limazah Anta Mutakhiran, warum bist du spät? Aber dann passt die Antwort nicht. Eigentlich ist ja nur eins geblieben. Wir haben ja alles schon erwähnt. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich bin mir leid. Dann schau mal so nach. Achso, Musafir. Das ist genau richtig. Warum reist du? Genau, warum reist du? Limazah Anta Musafir Warum reist du? Oder Warum reist du? As-Salati 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 Für Das Gebet In der Masjid Nabawi Das Gebet In der Profil-Maschi Genau. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Ein Was 1. Mada ttlubu min atta'an, ya Fatiima? Hassan, aina l-kha-ta'a? Besson, kniflech va? Mada ttlubina min atta'an, ya Fatiima? Hassan, aina l-kha-ta'an, ya Fatiima? Hassan, aina l-kha-ta'an, ya Fatiima? Ne, das ist richtig. Hassan, aina l-kha-ta'an, ya Fatiima? Hassan, aina l-kha-ta'an, ya Fatiima? Naja, ya Fatiima? Du bist nah, was möchtest du mir sagen? Also, bei T, meintest du mit Kess, oder? Nah, weil es... Eigentlich... Es ist nicht Madaf, Madafilei. T, meintest du mit Olih, ne? Deswegen, Mansuk. Also, was ich gedacht habe, ist Uajabatin, weil es muss ja eigentlich Plural sein. Weißt du, ich weiß, ich meine? Ja, ich bin gerade da am Überlegen, das stimmt auch. Was heißt Uajabatin, nochmal? Uajabas Gericht. Also, eigentlich müsste Uajabas Gericht sein, also gleichzeitig dieses Kessler? Ja. Okay, also ich werde das nochmal nachschauen. Ich glaube, aber du hast recht, das ist wahrscheinlich, was ich beten, weil... Ich bin froh, was ich beten, was ich beten, was ich beten? Ich bin froh, was ich beten, was ich beten, was ich beten. Okay, ich werde das einfach nachschauen. Okay, dann schau. Nummer 4. Die Maschid ist verabschied von dem Haus. Die Maschid ist verabschied von dem Haus. Also, Al-Maschid, die nahe Moschee, heißt das, oder? Genau, richtig, ja. Also, Al-Maschidu. Also, das müsste heißen, wenn das ein Satz ist, Al-Maschidu. Also, das Maschidu und Ba'idun passt nicht zusammen, oder? Genau, richtig. Also, müsste man sagen, Al-Maschidu Ba'idat-Tu? Nee, nee, du bist richtig am Wort, aber du hast den richtigen Fehler nicht gefunden. Al-Maschidu Ba'idat-Tu? Ah, Maschidu, Muzakker, oder Muennas? Ich muss überlegen, was diese Begriffen haben, aber dann. Okay, ist das Mannlich, oder Weiblich? Mannlich. Maschidu. Okay, Ba'idat-Un. Ba'idun. Ah, Sand, naam. Al-Maschidu Ba'idun. An Al-Beit, naam, Ahsand. An Al-Beit. Rekom 4, Rekom 5, wo jazakum. Anna Musafirun ila Al-Mekka. Anna Musafirun ila Mekka. Naam, Al-Mekka, ist ima' al-Mekka. You know, es ist ima' al-Mekka. Ja, deswegen braucht es das. Rekom 6, Anna Zahibun lil-Maschidi. Yantazir, Anna Zahibun ma'aka. Hier gibt es zwei vier. Ich habe noch eine Frage zur fünftens. Also ohne Al-Beit, Mekka, oder? Genau, ohne. Weil Mekka ist ja schon ein Name. Du kannst nicht sagen, zum Beispiel, der Mohammed. Also eigentlich in einigen Orten geht das, aber eigentlich geht das nicht. Und genauso Mekka ist ein Namewort, deswegen kann man nicht Al-Mekka sagen. Jetzt bist du dran mit Nummer 6. Anna Zahibun lil-Maschidi. Hier ist ein Fehler. Wa yantazir, Anna Zahibun ma'aka. Hier gibt es auch einen Fehler. Also wenn man sagt Anna, dann muss man sagen Azhab. Anna Azhab lil-Maschidi. Zahibun geht auch. Wir haben ja gesagt Musafirun zum Beispiel. Das ist alles das Gleiche. Anna Zahibun, Anna Musafirun. Also ich gehe, Anna Zahibun. Also nicht Lil-Maschid, sondern Ilal-Maschid, oder? Ja, stimmt. Naam. Lil-Maschid, äh, Al-Khata, Al-Khata fi Lil-Maschid. Und wir sagen Ilal-Maschid. Zahib. Al-Jumla tostania. Den zweiten Satz. Yantazir, Anna Zahibun. Moak. Maak. Maak heißt mit dir, oder? Ja, genau. Mit dir. Yantazir, Anna Zahibun. Ich gehe mit dir. Und Yantazir, ich weiß nicht, was bedeutet leider. In-Tazara heißt gewartet. Yantaziru wa in-Tazir. Also gewartet, also warten. Yantazir ist hier sowas wie erwartet. Also erwartet. Zum Beispiel erwartet auf den Bus, meinst du das? Genau, zum Beispiel. Ah, okay. Also erwartet. Yantazir. Aber warum? Ich glaube, du warst beim Unterricht, wo wir die Befehlsform erwähnt haben. Nicht dabei, glaube ich, oder? Genau, das ist das, oder? Ich glaube, also, ach so, dann müsste man sagen, ja, Anzir oder so? Anzir? Ungefähr. Intazir. Intazir. Genau. Intazir, also warte. Anna, sahibun, mag. Ich gehe mit dir. Genau, richtig. Also wir haben, wir, im Arabischen haben wir eben drei Formen, Vergangenheit, Gegenwart und Befehlsform. Und dann sagen wir, wir fügen öfters immer ein Elif am Anfang hinzu. Und ob wir das I oder U sagen, ist abhängig vom dritten Buchstaben, wie im Koran. In der Mitte, wir sagen wir, im Koran. Wir sagen es ist abhängig vom Dritten Buchstaben. Ich will uns auf den Koran. Und dann sagen wir, Auktob. Aber zum Beispiel, Leez. Wir sollen was zwischen den Klammern auswählen Wir sollen was zwischen den Klammern Ich habe eine Frage, bräuchte man das Wort Anta unbedingt oder kann man auch weglassen? Genau, das wollte ich eigentlich sagen, das wäre eigentlich irrelevant, also ganz irrelevant hier, zu sagen Weil Tussalli ist ja eigentlich schon auch sowas wie du, wo betest du Um zu betonen Ja, genau, könnte man sagen Aber in einem normalen Satz würde man das nicht sagen Also das wäre hier sowas wie eine Gegenantwort, wenn man fragen würde Wer geht zum Freitagsgebet oder wer soll wohin zum Freitagsgebet gehen Dann sagt man irgendwie Und sowas ähnliches Was heißt das nochmal der Satz? Also Tastayqidu, was wünschst du oder was möchtest du? Oder bevorzugst du? Tastayqidu ist aufwachen Tastayqidu ist aufwachen Tastayqidu wachst du früh auf Ah, wachst du früh auf No Raqam 5 Limadha enti ila Makkata ya Fatima Limadha enti musafiratun ila Makkata ya Fatima No Ah, excellent Get the last off, Khabar Let it from you with five Thalifan Al-Qiraa Iqra al-Fiqra Thumma ajib binam au bila Also liest den Text Und dann nachher beantwortet mit Ja oder Nein Ich lese mal Aber übersetzen werde ich nicht Weil es eine Prüfung ist Ich versuche es von meinem Buch lieber Ist besser Muhammadun min Misra Muhammadun musafirun ila Makkata Nilszalaati fiil Masjidil Haram Sayusafiru ila Makkata bilhaafilati Sayusalli muhammadun fiil Masjidil Haram Al-Fajiru, wal-Zuhara, wal-Al-Asra, wal-Magriba, wal-Asjiaa Muhammadun vaahibun ila madinah yowma al-Khamis Sayusalli muhammadun al-Jummaata fiil Masjidil Nabiabi jetzt 1 Mohamed von Möster das ist richtig das ist richtig 2 Mohamed ein 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 eine 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 två eigentlich könnte man das so sagen ja das so wird was mich durcheinander macht, ist eben, dass am Ende also er ist ja eigentlich davor sagt er auch okay, Entschuldigung, dann hat er, ich habe das nicht mitbekommen mit Medina also ich dachte, er macht nur ein Mekka aber dann würde ich sagen, ist richtig, oder? also je nachdem, also je nachdem, wie der Schreiber das eben verstanden hat oder gemeint hat, wenn man das copypass meint, dann wäre eigentlich nur Mekke gemeint wenn man aber so richtig denken möchte an diese Sache, dann eigentlich Mekke und Medina 3-Muhammadun mussafirun bissejärati Ah, nein Muhammedun mussafirun bissejärati naja achsint noch Punkt 4 sejusalli muhammadun isolawat il-chams fi'medina sejusalli also er wird beten also Mohammed wird beten, dass die Gebete die fünf Gebete in Medina Also in dem Satz steht Also würde ich sagen, er bietet fünf Gebete in Mecca, nicht in Medina. Aber das macht keinen Sinn, oder? Wenn er in Medina ist, würde er auch fünf Gebete beten. Naja, es sei denn, er geht nur zum Freitagsbeten für das Wort. Ah, okay. Okay, r. 5 Muhammadun zahibun ila al-Madina yom al-Jum'ah. Nein, das ist falsch. Muhammadun zahibun ila al-Madina yom al-Khamis. Yom al-Khamis. Khamis. R. 6 Se soll li Muhammadun al-Jum'ah fiil Masjid al-Haram. Muhammadun al-Madina yom al-Jum'ah fiil Masjid al-Nabawi. R. 7 Muhammadun Musafirun ila Mecca Nis-Falati Na, im Herzen sah, ja. R. 8 Muhammadun Musafirun ila Mecca Ma'al-Uskati Also Ma'al Ich weiß nicht, was Usra bedeutet. Usra Usrati Abi Wa Ummi Wa Akhi Wa Uchti Wa Ibni Wa Binti Hazihi Usra Mit anderen, oder? Familia Ah, mit Familia, ah ok. Also Aal und Ahel und Usra Alles Familia Genau, Ahel Usra Baidus Familia La Muhammadun Musafirun ila Mecca Alaina Li wahdihi Li wahdihi Genau, li wahdihi So, al-Jum'latu Al-Thamina Kha Tanzen Tanzen Bihe Inshallah Fatish Hatima Fak'a Vielen Dank.